Mein Team bei Bombardier hier in Wien trifft sich natürlich auch außerhalb der Arbeitszeit, um sich privat auch auszutauschen. Das fördert natürlich den Teamzusammenhalt. Wir haben ein sehr junges Team, wir haben ein dynamisches Team. Wir sind so dieses Drei-Musketiere-Team, einer für alle, alle für einen. Ich arbeite öfters mit verschiedenen Leuten im Team, da es sehr stark wechselt, aber es ist meistens immer sehr locker und dementsprechend auch freundschaftlich. Außerhalb von Bombardier Wien trifft sich die Community, wenn man so will, auch einmal jährlich in Berlin im Headquarter. Da wird dann über mehrere Tage ein Workshop gemacht, damit man sich auch austauscht und Anregungen von anderen Kollegen holt. Das gute Team ist für mich ein Team, das auf freundschaftlicher Basis miteinander arbeitet, wo die Arbeitsinhalte verstanden werden und wo jeder nicht nur seinen Arbeitsinhalt erfüllt, sondern ein bisschen über den Tellerrand schaut, wo die Anknüpfungspunkte zum Kollegen sind. Wir haben im Team intern immer eine kleine Weihnachtsfeier und gehen extern essen und verbringen einen gemütlichen Abend. Ich bin ein Team, das ist ein Team. Das ist ein Team. Ich bin ein Team.